Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Massive. Ja, hier, das ist jetzt ein Quick-Tipp, also ein ganz schneller, spontaner Tipp. Es wurde eben auf Transfermarkt.de bekannt gegeben, dass Mario Balotelli von Manchester City zum AC Mailand wechseln wird. Der Vertrag wird anscheinend morgen unterschrieben, dann geht er zu einer medizinischen Untersuchung und was so dazugehört. Und ja, was heißt das für uns Trader? Ja, Mario Balotelli definitiv einer der, ja, wie soll man es sagen, beliebtesten Stürmer der Premier League. Also ganz eindeutig, weil er auch wirklich ein richtig starker Kerl ist. Im Spiel auf jeden Fall, in echt natürlich auch. Ja, und was kann ich euch dazu sagen? Ich habe jetzt mal auf den Markt geguckt. Vorhin, die Preise sind schon dezent gestiegen, also so um 1000 würde ich mal sagen. 4-1-2-1-2 Balotelli kriegt man momentan für 28.000 bis 29.000. Ich bin mir wirklich fast sicher, wenn das mit dem Wechsel alles durch ist, der Herr ist aus den Packs und es gibt nur noch wenige, wird 4-1-2-1-2 Balotelli bestimmt bis an die 35.000 gehen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil wie gesagt, guckt euch nur die Zahlen auf Ultimate DB an. Er wird einfach so unglaublich oft gekauft und wenn dann von ihm kein Nachschub mehr kommt, ja, dann müssen die Preise steigen. Ja, was kann ich euch sagen? Das Problem ist, ich würde es euch gerne in der Web-App zeigen, aber EA hat natürlich mal wieder komplett nur Fusch. Das heißt, die Web-App geht nicht. Deswegen mache ich hier nebenbei, gerade hier an der PS3, gucke ich mal so ein paar Preise durch und gebe euch die einfach so durch. Ihr könnt natürlich auch selber gucken, aber wie gesagt, die 4-1-2-1-2 ist ca. 29.000 und 4-3-3 sehe ich hier gerade 3 Stück für 27.500. Ja, also was kann man da sagen? Ich werde persönlich die guten Formationen von Balotelli, das heißt 4-1-2-1-2-4-3-3, was so dazu kommt, werde ich bis 30.000 einkaufen. Natürlich versuche ich durch Bieten sehr billige zu kriegen. Ich mache das alles über meinen zweiten Account, weil ich will den anderen ja natürlich zum Trading bereithalten. Und deswegen werde ich Balotelli in sehr guten Formationen bis 30.000 einkaufen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er auf 35.000 knapp hoch geht, vielleicht sogar mehr. Das wird man sehen, weil er ist wirklich ein saubeliebter Spieler. Das werdet ihr wahrscheinlich auch selber wissen. In anderen Formationen, ja, 4-4-2 ist natürlich auch eine super Formation, aber auch in den schlechteren Formationen könnt ihr gucken, ob ihr da ein paar Schnäppchen macht. Ich kann mal ganz kurz gucken, was allgemein, wo er da liegt. Also wenn ich nach allen Formationen schaue, ich glaube, da war er vorhin so auf 23.000. Da finde ich jetzt schon keinen mehr. Der billigste ist hier, oh wow. Ja, super. Hier wurde mir gerade in der 59. Minute und ein paar Sekunden 4-3-3er für 22.500 weggeschnappt. Aber egal, das interessiert ja jetzt nicht. Ja, man sieht schon, er ist schon hochgegangen. Hier wurde bis 25.000 schon alles aufgekauft. Und da könnt ihr euch vorstellen, also alle Formationen bis 25.000 aufkaufen, definitiv empfehle ich euch. Und ansonsten versucht halt immer Schnäppchen zu machen. Ihr solltet es wirklich immer nach eurem Gusto machen. Das heißt, ihr müsst dem Risiko bewusst sein, was passiert. Aber der Herr, der ist jetzt schon am steigen. Und alles, was ihr eigentlich hier so unter 30.000 bekommt, ist einfach auf jeden Fall ein Schnäppchen. Weil der Kerl, der wird über 30.000 steigen. Und ich bin mir sogar fast sicher, dass er mit allen Formationen über 30.000 steigen wird. Hier ist jetzt schon die Party los, will ich mal sagen, auf dem Markt. Deswegen will ich das Video hier auch nicht zu lang ziehen, damit das ganz schnell bei euch oben ist. Ich hoffe, dieser kleine Quick-Tipp hat euch gefallen. Lasst ein Like da, kauft ein paar Balotellis, schreibt was dazu in die Kommentare. Balotellis ist wirklich ein sauheißer Tipp. Könnt euch auch gerne auf dem Transfermarkt kurz umgucken, ob das auch stimmt. Aber es stimmt definitiv. Und ihr werdet sehen, wie heute Abend die Preise schon steigen. Sie sind schon wirklich am steigen. Vorhin welche für 22, jetzt keiner mehr unter 25. Ich sag euch, macht jetzt noch das Schnäppchen. Das wird ziemlich schnell bei ihm gehen, dass der Preis steigt. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao.